Aufleitung ist lnx. Die Ableitung ist minus 1 durch x². Ja, wie kommt das zustande? Ja, weil 1 durch x ist ja x hoch minus 1. Und dann machst du minus den Exponenten. Genau, um 1. Dieser braucht den 4-3-Score bis auf den 4-3-Score. Geht ein Auto. Bucky. Was ist das Zimmer? Hier ist Bucky gerade gefahren. Irgendjemand hat mieses Störgeräusch, also wirklich ganz mieses. Da steht vier Leute, oh mein Gott. Jungs, kommt mit, kommt mit. Wo, 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 wo. Da wo der Bucky fährt. Echt? Nach vorne, Digga, ja. Ich will auch was haben. Ich will auch was haben. Ich nehm einen auch. Hallo. Der Bruder, die hab auch nicht entdeckt. Was soll das? Ich steilt Felix. Du, weil wir alles steilt hier. Keiner bringt das Auto mit von... Ach was, wir stehen. Hier in das Bäschen. Auf, Digga. Komm, Digga. 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 Ach, Digga. Ey, sind wir einfach schneller, Digga. Ach, ich bin schneller. Haha, Digga. Soll ich tanken? Ne. Oh, wir fahren uns. Da, da. Watch out! Dann würde ich, glaube ich, tanken. Ja, tanken. Jo. Rechts ist auch noch ein Boot. Rechts auch einer? Rechts auch einer? Ich glaube, ich hab da Gegner gesehen. Ich weiß nicht, ja. Wo? Nein. Ich hab grad gedacht, Digga. Vorne beim Anderen, der Roboter ist es. M2, Digga. Ja. Komm weiter zum nächsten, Digga. Ja, fix noch mal kurz, Digga. Ja, fix noch mal kurz, Digga. Und noch weiter. Schaut drauf, ob der M-Fluss ist. Oder zumindest. Ja, sie stoppt. Der ist oben am Wasser direkt. Der steht aber, glaube ich, noch an Land, wie es aussieht. Ja, lass mich auf. Weil ich das hier beurteilen kann. Da vorne ist der Luft überhaupt auf. Ja, fahr weiter, fahr weiter. Mark the location. Da ist der Luft überhaupt, glaube ich. Mhm. Jetzt machst du da irgendwo. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Okay, ich stelle hier an der Brücke. Falls jemand kommt. Digga, lass mir, lass mir bitte die Sniper, Alter. Hier ist noch ein Dreier-Rucksack. Braucht jemand einen Dreier-Rucksack? Nee, habe ich schon. Dankeschön. Nee, ich will. Komm hoch. Falls es jemand hoch geht. Fahr dahin schon mal, Digga. Ich tu ihn wieder. Ha. Oh man. Machst du jetzt doch doch. Oh man. Oh man, wir sind hier. So. Kommt schon wieder ein neuer Loot raus. Digga. Wohnt ihr noch? Hat er mitgecrobt. Oh doch, da vorne. Da vorne hier. In die Richtung. Hier 250, 250. Alles klar. Ja. Auf die andere der Uferseite müssen wir. Ja, hinter Ruins. Ja. 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 Da bin ich wieder im grünen Bereich. Nicht mehr. Da hat er am Telefon gemeint, dass das wegen dem Backturfing ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Unser Vertrag läuft. Das ist ein Hauptverteiler zum Endcard-Blaucher. Das ist so ne bestimmte Technik, dass du mehr größere dann... Ja und wie kann man... Kann man das für Hände ab? Ja. Ja. Unser Vertrag ist mit Rackturfing. Auch noch. Aber ein Linus gönnt ihr. Rackt. Weil ich da lange gehört habe. Wer ist das? Was wurde da gedruckt? Digga, komm. Mini. Ich möchte schnell. Erstmal ein Haus suchen. Oder halt. Motorrad. Wo, wo, wo? Wo? Nichts gehört. Ja, ich muss noch hochgefahren. Da vorne. Ja, ich auch mal. Vor uns. Nächstes Mal in der Luft. Ja. Ich hab einen aus dem Auto rausgeholt. Wo ist der andere? Der ist ins Wasser weit. Der andere hat vorne alle Kackfüte angehalten. Aufpassen. Warte, ich lag mit meinem AWM. Ah, da vorne ist runter. Der Kackfüte fällt weg. Der Kackfüte fällt weg. Lustig. Rufi, ich hör eben wo das. Ich hör mal. Ich brauch den providing rein. Der Kackfüte. Der Kackfüte hält weg. Der Kackfüte fährt weg. Und er hat den einbogen. Der Kackfüte fällt weg. Das ist alles. Der Kackfüte fällt weg. Das ist alles aus. Der hat sich hingelegt. Der hat sich hingelegt. Perfekt. Einfach besser. Alle draußen blieben bist du, mann. 20 viele, nicht viele. 20 zieh ich runter kurz. Ich hab keine. Jungs. Digga, what are you doing, mann? Ich hab ne Signalpistole mit Muni. Ich hab gedacht, ich hab ne Rauchgranate ausgewählt. Ja, denkt man nicht so viel. Das war aber weiter. Ja, mit was? Jungs, habt ihr noch irgendwie 5-5-6? Ja, 5-5-6. Wartung, der Schraubz. Aussteck, 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 aussteck. Wartung, der Schraubz. Ich kann nicht mehr. Ich hab's gesch... Mehrer Hits hier. Markier, markier, markier. Weiter links ist auch noch einer. Ich hab's noch runter. Links, schon einer. Ne, links. Links hab ich genug. Wird gut. Alle in den Smokes, sind die Leute. Lass Cheap fahren, wir sind in die Zone. Lass in den Cheap, alle in den Cheap. Wir lassen ins Garagenhaus rein. Okay. Cheap, brauchen wir nicht parken. Ja, brauchen wir nicht nütch. Ne, ne. Ja, ich park den aus und zum abbauen. Oder haben wir hier noch ein Auto? Ey, da ist ein Indro. Naja, wir müssen erst die Leute noch töten. Entschuldigung, ja, hier war ich hier drin. Ich geh ein bisschen vor. Da ist noch einer am Stein. Der hat mich, glaub ich, gesehen. Der läuft links. Ja. Genau. Bist dealt, meinst du? Ich geh vor. Warte, Digger. Okay, was da ist. Ich hab's ja auch abschießen können. Das ist ein Dutjob. Ich hab bei ihm mitgesmacht. Das ist ein Dutjob. Ja. Digger, ich muss mal mein Interface anpassen. Von hinten rennen alle. Ne, da ist auch noch. Oh, der schon. Oh, Digger war das knapp. Nein, Digger. Das war so knapp. Ja, ja. Ich weiß, Digger. Oh, Digger war das knapp an seinem Kopf vorbei. Ja, wo ist denn? Ja, mein Dutjob kommt einfach nicht. Nein, jetzt hat. Nö. Oh, das war doch was. Oh, der macht kein Auge. Ja, am rechten Schwein. Ich hab keine Sicht von hier auf ihn. Also, er hat links gepiekt. Aber wir können ihn nicht treffen. Ja. Oh, mach doch jetzt kein Auge. Oh, der hat das. Am smoke, am smoke, am smoke. Ja. Wir müssen aber auf andere auch noch aufpassen. Wie viele Smokes haben die denn? Ja, ja. Ja, die haben nur Smokes aufgesandet. Ich hab aber auch fünf Stück. Da, da, hinter dem Stein, Digger. Hinter dem, hinter dem Jungs. Achtung, Schüsse auf 3,30. Bei der, bei der Station oben anscheinend. Nein, oh, ich hab FanHit gekriegt. Ich weiß nicht, ich hab FanHit bekommen. Ich seh nicht. Ich auch nicht. Ah doch, da. Hier, genau dort. Genau dort. Ich nicht von hier. Ich gut gehitet. Oh, ich seh ihn, ich seh ihn. Stimmt. Ah, es läuft ja noch auf. Am Stein vorne. Oh Gott. Ich weiß den. Oh Gott. AWM. Ich gönn mir. Ja. Habt ihr noch ein bisschen AWM-Money? Kann jemand mir fünf oder so abgeben? Hm. Nämlich kaum noch was. Einfach nicht bei. Ich weiß den. Habt ihr die oben auf 3,330 getötet? Einer lockt. Einer lockt. Ja, ich bin schon immer auf mitknallt. Ne. Echt? Das, ab dem Haptivat ist eine normale Hälfte. Na ja. Da hinten auch einer. Markt eine Location. Ey, hat jemand, ey, Nummer eins hast du noch, äh, bisschen Ammo für... Nummer eins, Nummer eins hast du noch ein bisschen Ammo für, äh... Ah, ne, schon. Ja, wie heißt das? Der ist zurücklos. AWM. Hat jemand AWM? Oh. Ey. Ich kann, ich kann halt nur 10 ablegen. Mach so ein Spiel. Ich fühl sich von ihm mal gehitet, Alter. Da läuft die Smoke vor. Da, da, da. An dem Stand, an dem Stand, an dem Stand, an dem Stand. Nein. Nein, 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 nein. Bisse, Digga. Auf 320. Smoke mal, smoke mal, Jungs. Smoke nicht mal. Ich hab keine. Nein, 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 nein. Ich kann meine Smoke sicher ausfallen. Nein, Digga. Bisse. Ich hab... Versteht. Ich hab er ja. Der eine verschießt. Oh Gott. Da. Verschießt, ja. Da, genau. Eine in Ordnung in der Zone, ist geschehen. Digga, wie hat er mich denn bekommen, Alter? Was ist denn da hin? Der eine wäre vom Lootroff. Ja, wir müssen uns auch um die Klug rausgemacht. Die Klug rausgemacht. Die Klug raus, ja. Wo ist der? Von Lootroff ins Wasser. Wer läuft ins Wasser? Ist der schon durchs Wasser? Der Typ da hinten. Gut. Der, ja. Ja, auf 320 von Lootroff. Ja, aber Lootroff hinterm Stand. Der steht auf die Insel jetzt. Ich schwimm auch rüber. Ja, wer... Ich hab keine Ahnung mehr, wer noch alive ist. Mag ich mir aus. Der läuft da. Auf 310 läuft der. Auf 310. 320. Head. Dem am Wesen. Beide Folge. Am Lootroff. Genau, am Lootroff. Ja. Achtung, von rechts. Von rechts, Linus. Ja, ja. Wir kümmern uns erstmal um den 330er, Linus. Ja. Der hat ihn jetzt genockt. Ich geh vor. Ich auch. Jetzt hol ihn dir. Genau. Richtig, Lung. Soll ich vor? Ja. Ja, ja. Liegt da noch. Gut. Bei mir noch. An dem Streifen. Der hat man gerade eingesehen auf 310. Äh, 110. Zwei Leute. Ja, jetzt. Ey, Nummer 3. Jetzt los, der los. Wir laufen mal dich in die Fresse, Felix. Jetzt bin ich schon das zweite Mal ausgewischt. Die sind zwei Leute. Bei Nummer 30, zwei Leute. Sehr schön. Genau, sehr gut. GG. Ich bin doch extra weggelaufen. Oh mein Gott, ist raus, nein, gutes A und rot. Ja. Ja. No, das war ganz doll. Ich bin doch gar nicht. Ich bin doch echt in Ordnung.